Der französische Schauspieler Jean-Louis Troutignan ist tot. Er wirkte in mehr als 140 Film- und Fernsehrollen mit. Seinen Durchbruch hatte Troutignan 1956 an der Seite von Brigitte Bardot in dem Film und ewig lockt das Weib. International bekannt wurde er 1966 durch einen Mann und eine Frau mit Anouk Aimé an seiner Seite. Troutignan wurde 91 Jahre alt. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 18. Juni. Morgen breitet sich die sehr heiße Luft aus Südwesteuropa auf große Teile Deutschlands aus und die Temperatur steuert die 40-Grad-Marke an. Im Nordosten gibt es heute Nacht zunächst dichte Wolken und in Ostseennähe noch ein paar Tropfen, sonst funkeln vielerorts die Sterne. Am Tag im Süden und in der Mitte meist strahlender Sonnenschein. Im Norden neben Sonne auch ab und zu Wolken. Und im Nordwesten sind später mitunter heftige Schauer und Gewitter möglich.